Hier ist attraktiv, das Stau-Magazin. Wenn du zu einem Date fährst, vor einem Bewerbungsgespräch, in der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, das ist so unauffällig. Oder, Jurassiker? Ist jetzt richtig Hollywood-mäßig? Ja! Lass dich das nochmal fertig machen. Komm mal raus. Komm mal raus in die Schule, ja? Mach's schon. Sind ja drin und hinterkommen. LFTL präsentiert die neue Staffel. Let's dance! Unser Tanztrainer Wael Stecken trifft. Bis dann, bye!